hallo und herzlich willkommen hier zu diesem video auf retapedia vielen dank dass du einschaltest in diesem video werden wir uns die atemschutz technik normal druck einmal anschauen das heißt einmal den atemanschluss in form einer vollmaske der klasse 3 die den anforderungen für feuerwehren entspricht auch spülmaske genannt und den lungenautomat normal druck auch einmal komplett auseinander bauen die ganzen bauteile von beiden erklären und die funktion bleibt dran im nächsten video werden wir uns dann die überdrucktechnik anschauen jetzt fangen wir erst mal mit der maske schauen wir uns jetzt einmal die normal druckmaske von msa aber an die 3s ich habe sie jetzt schon mal fast komplett auseinander gebaut wir haben hier bei der msa 3s und auch bei allen anderen atemschutzmasken erstmal den masken körper aus gummi hier flexibel daran haben wir die dichtlippen das heißt hier drin und krempeln sieht man hier die dichtlippe die die maske mit unserem gesicht abschließt und uns umluftunabhängig macht das heißt damit keiner toxische atmosphäre reinkommt und wir nur unsere luft aus dem atemschutzgerät bekommen die dichtlippe kann eine lippe sein oder auch zwei dann haben wir die machen wir hier mal weiter mit dem anschluss stück hier vorne an das anschluss stück kommt der lungenautomat dran hier bei normal druck haben wir immer ein rundgewinde bei überdruck ist das spezielles also spezielle gewinde die schauen wir uns aber im nächsten video an hier bei normal druck immer ein rundgewinde und da sehen wir hier schon einen zentralen sitz für das einatmend hier das sitzt hier zentral drauf und wird hiervon noch gehalten dieses öffnet sich wenn wir einatmen geht das ventil nach drin lässt luft rein und beim ausatmen verschließt es wieder und verhindert somit dass die ausatemluft wieder zurückgeht aus der maske zum atemschutzgerät dann haben wir hier unter dem anschluss stück den sitz für die für das ausatmend hier sieht man hier das ausatmend hier das ausatmend hier sitzt hier drauf und vor dem ausatmend hier haben wir noch eine vorkammer hier die winkel vorkammer diese sitzt hier noch drüber so und deren aufgabe ist es dass wir wenn wir jetzt hier noch mal einen größeren raum vor dem ausatmend hier das hat den sinn dass man die zeit die verschlusszeit nach dem ausatmen zum einatmen überbrückt das heißt wenn das ausatmend hier schließt damit hier keine toxische atmosphäre in die maske rein kommt deswegen ist die winkel vorkammer hier noch dran außerdem natürlich auch thermischer schutz für das ausatmend hier damit wenn wir so ab machen so dann ist das ausatmend hier natürlich direkt der hitze ausgesetzt der wärmestrahlung zum beispiel oder der stichflamme und kann dann schnell defekt sein und wenn es ausatmend hier kaputt ist dann ist das gar nicht gut deswegen muss das auch immer vorm einsatz überprüft werden so dann haben wir schon mal das anschlussstück über das wir einatmen und das ausatmend hier und die winkel vorkammer über die die ausatmend luft ausströmt dann sehen wir hier drin bei der beim einatmend hier sehen wir auch noch mal ein gewinde hier dort sitzt die sprechmembran das ist auch so eine edel meist runde edelstahl folie die ermöglicht uns dass man uns besser versteht wenn wir kommunizieren mit unserem truppmann oder über funk dieses auch befestigt noch mal so und auf dieser befestigung sitzt die innenmaske die innenmaske hat auch zwei ventile dran hier links und rechts das sind die so genannten steuerventile kann man auch ausnehmen die müssen auch alle paar jahre ausgetauscht werden ja so die sitzen wir jetzt auch mal darauf und die funktion erkläre ich gleich noch mal wenn wir die maske zusammengebaut haben dass man das wirklich mal komplett sieht und versteht welcher sind dahinter steckt so sieht das jetzt innen aus wenn die in maske drin ist hier sitzt unsere nase also die in maske umfasst unsere nasen und unseren mund so dann haben wir natürlich noch die bänderung die kopfbänderung besteht aus der kopfplatte dann haben wir das stirnband schläfenband links und rechts und das nackenband außerdem haben wir hier noch ein halteband dran damit wir uns wenn wir die maske jetzt nicht auf haben uns die maske um den hals legen können und zum beispiel auch hier haben wir einen haken dran bei manchen ist hier noch so ein pinöpel dran damit wir die maske einhängen können und wenn wir sie dann tragen dann ist die maske nicht offen und der dreck kann reinfallen sondern die zeigt so nach unten also einfach als schutz vor schmutz dann haben wir natürlich noch ganz wichtig die sichtscheibe die sichtscheibe hier aus polycarbonat das sieht man daran hier meine kennzeichnung pc und darüber haben wir ein f ich hoffe das erkennt man so fokussiert das f steht dafür dass es für die feuerwehr zugelassene masken sind also dass eine vollmaske ist die in anforderungen für die feuerwehr entspricht das heißt bei feuerwehr muss man f auf der sichtscheibe sein und das pc kann da auch mit beistehen muss aber nicht es gibt aber auch masken die aus verbundglas bestehen da ist natürlich der nachteil das verbundglas schneller kaputt geht aber zum beispiel bei manchen werkfeuer wenn die vor allem mit chemie zu tun haben werden die verbundglas sichtscheiben verwendet denn bei den polycarbonat sichtscheiben kann es sein dass manche chemikalien die scheibe milchig weiß machen wenn die damit in kontakt kommen deswegen wird welche michael oft verbundglas verwendet die polycarbonat sichtscheiben die sind sehr stabil hier genau und das sichtfeld ist auch relativ gut so ich habe die maske jetzt einmal wieder komplett zusammengebaut man sieht die sichtscheibe hat hier noch einen rahmen drumherum dieser rahmen ist hier rechts und links mit schrauben gesichert damit er fest ist so schauen wir uns jetzt einmal an wie die luft durch die maske geht und welchen sinn das macht dafür schließen wir einmal den normaldruck lungenautomaten an die maske an das rundgewinde hier flasche ist aufgedreht so damit ihr versteht welcher sinn die in maske hat wenn wir einatmen dann erzeugen wir durch unsere lunge ein unterdruck in der maske dadurch öffnet sich einmal dass der lungenautomat und das einatmendel öffnet sich die luft strömt rein durch den spielkanal geht dann noch nicht direkt in die in maske sondern hier vorne lang an der sichtscheibe und verhindert somit das beschlagen der maske das heißt die trockener einatmen luft macht die scheibe wieder frei und nimmt zum beispiel auch feuchtigkeit von der scheibe mit danach öffnen sich die steuerventile durch einatmen hier links und rechts die wir eben schon gesehen haben an der innenmaske und die luft gelangt von dem sogenannten augenraum das heißt der raum der hier vor der sichtscheibe ist in die innenmaske in den atemraum und hier in der innenmaske sitzt unsere nase und unser mund so und dadurch dann geht die luft in unsere atemwege beim ausatmen es ist dann wieder andersrum da schließen die steuerventile in der innenmaske damit die luft nicht an die sichtscheibe kommt und die sichtscheibe nicht beschlägt und die luft geht hier unten durch das ausatementil nach außen über die winkelvorkammer das ganze demonstriere jetzt noch mal mit maske auf hier seht ihr beim ausatmen öffnet das ausatementil beim einatmen öffnet das einatementil so das war die normal druck maske jetzt schauen wir uns noch den normal druck lungenautomaten an so jetzt schauen wir uns einmal den lungenautomaten normal druck an hier haben wir einen von träger der lungenautomat das gerät steht jetzt unter druck der lässt sich übrigens auch unter druck abkoppeln und auch wieder zusammenkoppeln so zum aufbau bei normal druck haben wir einmal das rund gewinde wie wir eben schon angesprochen haben dann haben wir hier mitteldruck leitung hier außen haben wir die gummiabdeckung und hiermit können wir den die membran runter drücken und den lungenautomaten öffnen so jetzt machen wir die gummiabdeckung ab entdecke so dann sehen wir hier wir haben hier eine membran drin sitzen und hier haben wir ein hebel wenn man diesen hebel hier betätigt öffnet man die mitteldruck leitung und luft strömt hier aus so jetzt schauen wir uns einmal an wie das ganze funktioniert mit dem atmen dafür schließen wir jetzt einmal den lungenautomaten an die an den atemanschluss an und zwar funktioniert das folgendermaßen bei normal druck bei normal druck ist es so dass wir wie wir schon besprochen haben wir atmen ein dadurch erzeugen wir einen unterdruck in der maske und und der diese membran hier wird richtung maske gezogen und betätigt dann den hebel dadurch strömt luft in die maske ein beim ausatmen entspannt die membran wieder und der hebel wird nicht betätigt das heißt es strömt auch keine luft wieder rein das ist dann folgendermaßen aus wenn man die maske auf hat das heißt wir können den lungenautomaten durch unsere einatmung auslösen oder manuell durch drücken und selber den automaten auslösen so das war es zum normal druck haben wir einmal die maske durch gesprochen und den lungenautomaten als nächstes folgt die überdruck technik da werden wir uns auch die maske und den lungenautomaten anschauen denn da gibt es ein paar besonderheiten und die muss man wissen wenn man diese technik verwendet